Das ist der Hund hier drin. Ich wollte gerade sagen, unser Hund bellt, aber das ist gar nicht unser Hund. Gar nicht unser Wauzi. Äh, 9 Dollar, 3. Baumverpacker. Die gigante Kondommaschine. Kondommaschine. Kann Daniel helfen, Dad? Natürlich. Jees. Daniel Snowman war nicht so schrecklich. Nur wählst du den, den du magst und gehst. Entschuldigung? Die, ich habe nie auf so einer gefährlichen Mission. Die wilden Tres sind nur wundern, um uns zu essen. Wir müssen den Hund nehmen. Sieht, wie jemand über diese Blocke ging. Schöne Tannen. Wirklich. Ganz toll. Dann werden sie zu Feuerholz verarbeitet. Briefkasten des Weihnachtsmanns. Okay. Spendenbox. Nein, wir klauen nicht. Gibt's Kränze. Ja, einen Adventskranz können wir uns leider nicht leisten. Nein. Hi everybody, we're taking a year off to run away from Cops. Daniel has got telekinesis now. Hope you're doing well. Lieber. No. We always have handmade local products. Come take a look. Ich wieder. Glühwein. Da gab's Glühwein. Oh, so lecker Glühwein. Aber dafür ist es zu warm. Wir haben tatsächlich noch ein Glühwein stehen, aber... Das dauert. Das dauert. Na komm. Gut, das da können wir uns nicht leisten. Wir werden ein Bär. Nein, ich will ein Bär. So. Jetzt bezahlen. Hey, um... Can I get one of these... Beers? Sure. Our bestseller this year. Cool. Here you go. Thanks. Anything else? No. I'm good. Have a nice day then. Yeah, you too. Thanks. Cool. Mission accomplished. We better leave now. Before Claire and Steven come back. I think Dano has enough broken toys. Poster. Also dafür, dass wir es schon gesehen hatten. Hinsetzen und zeichnen. Ja, das klingt doch gut. cool I think I'm ready to draw this time to take the pen dude this place is nice hmm pretty good but I can add more details if I want now I don't know how much the entire abseil should be I watch so often but I don't know what are you doing? wow it's so cool are you like a professional? no more like the opposite you could draw comic books the awesome adventures of Captain Spirit and Super Wolf pretty rad for a Hollywood name yeah I'll think about it hey can you add something funny to your drawing? funny? like what? I don't know something cool okay big question zombies or UFO okay so I hope I can draw like you one day I'm sure you will man I'm sure you will be looking at it yes 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 hmm yes 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 Hallo Leon, wunderschönen guten Abend dir. You've come to take my duality, it wakes from midnight time, I could not see if I were you, were you, were me. We play the game skillful ends and so I asked for your demands, give me your love, give me your gun, and he chased us back to where we've gone. I feel sure. So the morning came and sweat the night away, and I was looking for a way to disappear amongst the quiet things, and all these empty streets, I found a way, I found a way to reappear. Wow, you made it all the way through. Yeah. You got a crush on me or something? What? Um, no, I, I mean, it was pretty cool. I, I just... Relax, dude. It's cool that you listened. People are usually too busy to care. You have a great voice. You should be on one of those singing shows. That's kinda nice. Not really my thing though. I hate TV. Show business shit. Well, thanks for the music, and good luck. See ya. Okay. Hmm. Hmm. Quiet morning. Willst du den noch nicht lohnen? Hey. The best christmas wreaths are here. Decorate your front doors with some... Seems like Charles... Found what you were looking for, city boy? Um... Yeah. Something for my little brother. You bought your brother something out here. Damn. Poor kid. Sorry. I'm... I'm just a grumpy old gal. Me and my friends have been crashing here for the wait. Nobody gives a shit about us. Yeah, I can tell you're not from around here. No. No way. Just... Here for the holidays. Ah. You got family. My grandparents. Gotta love the grandparents. What about you and your friends? Road trip? Uh... Not really. We kinda hop from place to place. Hunting for... Little jobs and... Must be a long ride. That's okay. We hop on trains. Gives us time to rest. Man. That sounds wicked. You have no idea. It's free and so fucking fun. Well, unless you get caught or fall, but we've been lucky so far. That's the best. Nobody tells us what to do. No corporation owns us. And you get to see so many cool places. Exactly. Next stop is Humboldt County, California. Ha. Stoner break. Not even close. We actually got work over there. Sean. What are you doing? We've hit the tree with Chris. It's all crooked like an old witch. Oh. Hi. Who are you? Oh. Your hair looks so cool. Oh my. Jesus Kind, ey. What do you think? Hmm. I don't know, but it's really cool. Oh, God. I'm Daniel. What's your name? Hi, Daniel. I'm Cassidy. I dig your superhero outfit. I'm on a secret mission in this life. I'm on a secret mission in this life. It's very dangerous. I can tell. I hope you get your mission accomplished. And what's your name? Oh. Um. Sean. I. I thought I told you. Now you did. Sorry. You went through some shit with the guys. How much you make? You ready? Hello, pups. Oh. Is that your doggy? So cool. Yeah, he's been through a lot. Like most of us. So we adopted him. And he stinks. Yeah, you stink and you like it, huh? Well, he's not the only one. Have you checked your hair? I think it just twitched. You should keep your distance, dude. I think it's cool. I don't know what's going on. See, he knows I'm clean. You're the nasty one. Yeah, you always come back. He's coming back. Ja, aber es Mushroom. Ja, aber es ist nicht so, dass wir leaschen. Na, die Stadt ist. Ein leaschen Hund ist liable für eine Verkaufung, so... Du wirst unsere Hund? Das ist nicht sehr nett. Lüterung ist illegal, auch. Und du hier nicht live, richtig? Genau? Calm down, liebte. Wir müssen uns zum Weihnachten zu besuchen. Der Hund wird nicht zu essen. Schau ihn! Ihr könntest beobachten. Ihr Punks sind immer auf der Probleme. Das ist eine schöne Stadt, okay? Der Hund braucht jemanden. Er ist aus Pils. Das ist es. Ich bin auf die Dämpfe. Oh Gott! Was wird die Dämpfe an uns? Wir sind weg. Also, wir müssen uns in dieser Scheiße bleiben. Ihr euch nicht sogar einen Santa haben, um Gott zu leur Merry Christmas. F***** Parasites. Warum kämpften sie? Ich weiß nicht, warum er so so schreit. Wir müssen etwas tun. Okay, sollen wir es gut sein lassen, so ein Streichspielen? Ich habe dieses Kind. Ich werde ihm doch kein Gefallen geben, wenn ich so gefährle. Ja, sehe ich ähnlich. Gut sein lassen, okay. Bevor uns das Kind so was auf mir setzt. Gut sein lassen, ja. Ist auch besser, ist auch besser. Gut sein lassen, ja. Gut sein lassen, ja. Gut sein lassen, ja. Ja, wuss. Da gehe ich sofort hin. Ich will nur noch mal gucken, dass ich hier nicht doch irgendwas vergessen habe. Ja, das hat man schon. Es ist immer nicht, wo diese ganzen kleinen Sticker und Anhänger und sowas sein sollen. Wenn ich gucke hier schon überall rum, findet ja trotzdem einfach nie was. Wenn es immer darauf hinausläuft, dass ich ja klauen muss oder sowas, dann lieber nicht. Bist du da zu viel Spaß gemacht? Ja. Das war das, was ich dachte. Ich bin in der Farbe rechts aus. Ich weiß ja nicht, ob du bei Captain Spirit dabei warst, als wir das gespielt hatten. Aber das hat sie ja gerade nicht mehr. War ja letzte Woche. Der Vater ist auf jeden Fall, ich sage jetzt einfach mal, alkoholabhängig. Das gab da letzte Woche hier auch so eine Stelle. Das war ein bisschen... Ja. Ja. Looks like Daniel found a new brother. No kidding. He dumped me like a rock. I'm glad you two came along. It's great that Chris found a new friend out here. And looks like you did too. What's her name? Um. Cassidy? Cassidy. Cute name. Do you like her? She was cool. You two quick! Ah! Got ya! Anyway, it's good for me to get out, too. We've had a rough time over the past couple of years. My wife, Emily, she died two years ago. Obviously, it was tough on Chris. You know, we've had a rough time over the past couple of years. I'm sorry, man. Thanks. It's been a struggle. Especially trying to be a good dad. Do you have some kind of problems? I'm just... I'm just... Not the man I was. I shouldn't have even brought this up. You know, just forget it. No worries. Didn't mean to make you feel bad. Mm-hmm. Mhm. Ja. It's okay. I hope they don't stress out because we haven't come back. Yeah, we should get you two home. Don't keep them waiting. Yeah. Hey, buddy. Want to set up that Christmas tree? Yeah! Well, I'll get there before you with my dad moving. No way you can beat Captain Spirit. See you later, Super Wolf. Hello? 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 We'll see you later. I'll see you later. I'm not sure. But we'll see you later. Steven? We'll see you later. Looks like Grandma and Grandpa haven't come back from church yet. Also, ich gehe jetzt einfach nur von der Zeit aus, wie wir schon spielen. Oh. Oh. So cool to spend time with Chris at the market. So? Did you set things straight with him? Told him the truth? Yeah, yeah, I did. He was disappointed. I knew. Of course he was. You lied to him. Did you know Chris' mom was an artist? I didn't. How so? She drew comics. You should see her drawings. They're so cool. Just like yours. Thanks, dude. Hey. Uh. What? What is it? Sean? Was? I want to go check on the room. Nein. Upstairs. Nein. I know it's moms. Nein. Please. Alter. Darf ich dann, darf ich dem Kind den Hintern versuchen? Und ich hab auch immer nur so scheiß Antworten zur Auswahl. Daniel, you heard Claire. Äh. Was will der denn in dem Scheißzimmer? Nein, heißt nein. Mann. Ja, aber respektiere doch den Wunsch deiner Großeltern, du dummer Junge. Come with me. If you don't want to. Ich hasse dieses Kind. Ich hasse dieses Kind. I'll come with me. So you don't make a mess. I can get a score. Oh. Ich hasse Kinder, die nicht hören wollen. Ich hasse es einfach. Nein, ich mach da nicht mit. Ich trage hier. Wir spielen nicht mehr weiter. Ich glaub jetzt wird's gehen. Also ich weiß nicht. Überall da hätte ich Anhänger kriegen können, ne? Ohne Witz. Ich weiß nicht, wo und wie. Guck mal, die Dinger einfach nicht an. Keine Ahnung. We'll find a way to open it. Sean. This is super easy. I can just break the lock with my power. Fine. Ja. I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead. Alright? I'm just gonna clean up real quick. Shit. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel. Let's not tell Daniel. Or he'd freak. Hm. Vielleicht brauche ich einfach so lange das Buch gar nicht mitkriegen. Ich habe kein Vertrauen. Er liegt ein Gebiss. Es ist nicht der einzige. Es ist zu klein. Aber wir sehen uns, was es öffnet. Wie viel mehr irisch kann man sein? Ich sah grandma aus der Runde zu kommen. Sie sahen wo sie die Schlüssel putt? Nein. Oh, Unterwäsche. Wieso? Vielleicht versteckt man sich in ihrer Unterwäsche. Erst mal Omi Schlipper durchsuchen. Ja, da muss man aber dann auch durchsuchen, wenn man unbedingt in die Scheiße immer will. Döns, wo geht's noch? Ja, meine Mutter hat sogar auch noch meine Mitzehner. Nein, meine Mutter hat auch noch meine Mitzehner. Nein, meine Mutter hat auch noch meine Mitzehner. Aber hier in ihrem Zimmer ist nichts. Ja, meine Mutter hat auch noch meine Mitzehner. Nein, nicht. Ja, meine Mutter hat auch noch meine Mitzehner. Ja, meine Mutter hat auch noch meine Mitzehner. Ich fühl mich nicht wohl damit. Okay, also ich kann nicht drunter. Er muss hier oben sein. Junge, es gibt keinen Schlüssel dafür. Jetzt ist es doch vielleicht da oben. Wäre etwas gewagt, aber die einzige Möglichkeit noch. Da ist auch nichts drin. Hier ist nichts. Ihr würdet ihren Schlüssel wahrscheinlich bei sich haben. Was nicht dumm ist. Die Kinder hier sind wahrscheinlich schon. Ja, weil die ganze Zeit hier hoffen, dass ich irgendwas übersehe, aber ruhig nicht. Hier ist nichts. Nein, muss ich nicht. Boah, ich will das Ding nicht aufbrechen. Aber wir haben keine Wahl. Wir werden wohl keinen Fall haben. Irgendwo auf dem Boden eine Diele. Äh. Äh. Wir haben keine Wahl. 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 Sudden Niemals, es ist weiße nicht. Irgendwo gibt es keine Wahl. Perfusat! Ich habe das Gefühl, dass ich die Musik verletze. Ich habe das Gefühl, dass ich die Musik verletze. I think I saw a moon eclipse once, before Daniel was born. Karen was still with us then. Alter, Kind. Werd völlig. Alter Brettspieler. Dad did the same thing, too. Wow. Figures, Karen was already looking for an exit. Okay. Is that an amethyst? How weird are these... Yes, she wasn't a new age bullshit. They're not sunglasses, man. It's to look at the sun during eclipses. Eclipses? You know, when the sun... It's like, she almost never used those. You know, when the sun hides behind the moon. Yeah. These pictures are so... Random. Das Hundebild steht auch unten. Yeah. You've finally left forever. Coward. Der Grüne Chor von Karen Reinhold. Ich höre den Grünen Chor, der im Wald singt, im uralten Grau. Wickelt mich in seinem Hülzern und Zauber. Sein Lied. Die Wurzeln wie Sicherung, die rückwärts explodieren. Wenn ich mich in meinem Herzen verberge und dieses Geräusch höre, dann fühle ich mich älter als der Wald. Älter als du. War jünger als der weinende Fluss zu meinen Füßen. Wenn ich ins Erdreich rutsche, würden die Stimmen gedämpft, wie mein Gesicht im Kissen, damit niemand weiß, dass ich hier bin. Ich könnte mich durch die Wurmlöcher schleichen, doch das würde nur nach unten führen. Aber fühle ich mich selbst über die Baumspitzen, über den Fluss. Schwindend. Für immer. Und das war ein Brief. Liebe Karen, vielen, vielen Dank für deinen Brief. Ich dachte, du hast deinen Brief, Freunde, vergessen. Es ist so öde hier draußen. Deine Briefe sind das Beste überhaupt. Du hast gesagt, du bist manchmal auch sehr einsam im Beaver Creek. Und ich bin so froh, dass wir uns gefunden haben. Es ist so nicht lustig, dass ich diese große Familie habe und so nahe bin, dass du ein Einzelkind bist. Du hast das ganze Haus für dich wie eine Königin. Ich habe dir schon gesagt, dass mein dämlicher Bruder Keaton so ein unreifer Junge ist, obwohl er der Älteste von uns ist. Er hält sich jetzt für cool, weil er einen Führerschwein hat. Was auch immer. Warte nur, bis ich fahren kann und wir uns besuchen können, wenn immer wir wollen. Ich höre Papa wegen irgendwas schreien. Ich mache mich lieber vom Acker, bevor er mich erreicht. Bitte schreib mir bald und schreibe es zurück, sobald du es tust. Deine liebste Brieffreundin Emma. Okay. Wenn wir jetzt hier durch... So, you were a friend of my mommy's? Gott. I hope she took good care of you. Was ist das? Nein. Did sie take you with her? Was ist das? Nein. Das war ja Mon. Es ist das vor. Ich bin ein Junge. Wie ist das? Ich bin ein Junge. Nur eine Sache habe ich gefunden. Das habe ich dir noch nicht angeguckt. Ich kann aber immer noch nicht raus hier. Bis daher hatten wir ein Familienfoto, glaube ich, noch. Und ein Brief. Ist das für Mom? Huh? Let me see. Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. Uh-huh. Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a... P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well... A cop out. In this case. I... I don't know. It seems like you are saying that. How about you? What do you mean? She cares about us. Well... I don't. Maybe she... Change your mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get in your wrong ideas. We should just... Stick to our plan. Das hat super geklopft. Ähm, ich pack den mit. Äh, ich hab nur noch was gemacht. Das ist auch schicke Kindfeuze. Ich bin auch schon das. Direkt gehören wollte ich. Oh, ich hasse. Immer krieg ich die Arschkarte, ey. Weißt du, er bringt Leute um, ich krieg den Ärger. Er will ein Zimmer, ich krieg den Ärger. Egal was. Und wie geht die Arschkarte? Oh, ich hab nur noch was gemacht. Oder deine Mutter. Sie hat alle die Brücke. Sie hat alle die Brücke. Eine Art nicht verändern, was sie hat mir gemacht. All of us. Sie ist nicht willkommen zurück. Sie ist eine Explorung. Sie ist eine Explorung. Ich weiß nicht, dass wir uns für sie interessiert haben. Aber ich weiß sie besser als jemand. Sie hat nicht verändert. Sie fühlt sich nur schuldig. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht hören. Nur im Letzten. Ich hab gesagt, das ist eine Scheiße. Was? Ja! 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 Ja, ich sehe, warum meine Mutter jetzt nicht mehr, weil sie nicht mehr mit deinen Stupiden regeln Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Steven! Bojeje, ich bin so ein Wider. Ich bin damit schon erschreckt. Gemeinsam hochheben oder seine Kraft einsetzen. Was meint ihr? Ihr habt die Qual der Wahl jetzt. Okay, dann. Wollen wir ins Kraft einsetzen? Noch jemand? Äh, obwohl beim hochheben hat er ja schon gesagt, seine Beine. Die Kraft, wenn er den Schrank nicht halten kann. Wie bin ich mit Homa, weiß er alles. Okay, wie kannst du mich... Oh Gott, wie kannst du das so trocken rüberbringen? Ja gut, dass er es schafft, das Ding hochzuheben, daran zweifle ich nicht. Ich meine, er hat es ja sogar geschafft, den einen fetten Stein hochzuheben. Aber ich weiß halt nicht, ob er es schaffen würde, weil es ist ja halt eben, wie du schon sagst, einmal hat ihm das Bein ja schon wieder getan, aber zum anderen schafft er das, glaube ich, auch gar nicht. Kraft, egal was du immer denkst, Ufa muss geben, okay. Dann setzen wir die Kraft ein. Daniel, jetzt! Do what? What ist going on? Oh Gott, was... What are you doing, Daniel? Daniel! Daniel! Oh, my baby, Stephen, are you okay? No, I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe it was a miracle. Thank you, Lord. It's the sheriff. Na, angeschissen? Wo wurden wir angeschissen? Sean, I didn't. We didn't call them. I know, grandma. Tja. Sean, what are we going to do? Go hide in the garage. No. Oh, no, 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 no way. Have you believed you searched the house? That makes the two of your accomplices. The, 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 the is at the back door. Durchgeht. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car is in the driveway. I'm so sorry. For everything. I wish we could have helped you more. Die andere Frage ist, warum gehen die nicht erstmal für eine Weile in den Weiden und kommen dann wieder, sondern hauen erstmal wieder ab? Man hätte das auch so machen können. Man hätte sie einfach über die Grenze schmuggeln können. No worry about it. Ich wünsche dir jetzt nicht. Ich wünsche dir jetzt nicht. Die hat ein Auto. Vielleicht hätte die mir die Grenze schicken können. Ich wünsche dir jetzt ein paar Monate lang, dass wir was beobachten. Ich könnte es verstecken. Jetzt nicht. Ja gut. Aber weißt du, weißt du, vielleicht in den Keller oder sowas? Keine Ahnung. Kriechen. Oder halt wirklich über die Grenze schmuggeln. Ich meine, sie haben doch gesagt, sie wollen nach Mexiko. Warum sind sie nicht einfach losgefahren? So lange, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Also rein theoretisch an der kompletten Stelle wäre ich halt einfach da geblieben. Und wären die von der Polizei abgehauen. Weil er kann ja nicht eingebuchtet werden. Ich leide. Ich leide halt einfach wirklich. Hier, das ist dein Fall. Hier, dir ist erst mal gesagt, Dachbohnen. Aber sie haben ja gar kein Dachbohnen. Danke, Stress. Das ist super cool. Wie du. Dann, wir gehen. Wir können aber auch keiner erzählen, dass das keiner sieht. Von der Straße sieht man in dem Garten. Mir kann keiner sagen, dass man das nicht sieht. Aber hier ist nichts. Das ist kein Dachbohnen. Das ist kein Dachbohnen. Der Geht wird sein, dass wir uns nicht ü Taken haben. Der Geht wird sein, dass wir uns nicht übeln. Hobbyspult? Das ist toll. Ja, den Ball keine Scheiße mehr. Ja, es tut mir leid, der Junge rückt mir nicht auf. Ich kann da nichts wegen machen. Ich habe mich beim ersten Mal schon aufgeregt. Denk nach! Welches Bauchgefühl? Der Junge hat kein Bauchgefühl. Der Junge hat kein Bauchgefühl. Niemand wird uns sagen, was zu tun. Wir können jemanden, was wir wollen. Du denkst? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, Mann. Von jetzt an, wir machen unsere eigenen Regeln. Schau, ich habe dir ein present. Merry Christmas, Inanna. For real? Aber es ist in zwei Wochen. Ich weiß nicht, was wir machen. Hier. Whoa, it's super cute. Early Christmas is the best. Hey, I got something for you too. I wanted to finish it, but we're doing it now, so... Huh, man. That's so cool. Hey! Listen! There's a right. Come on. All aboard. Here we go. It's me. It's me. It's me. It's me. You've come to take my due. I'll leave away. Spine me and I tell my clue. I like Züge. 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 I see Züge. ist immer noch schön im zweiten. Ich mag halt einfach nur die Story nicht. Also sagen wir so, den großen Bruder ist in Ordnung. Selbst die Großeltern. Die Großeltern mochte ich auch. Der Vater auch. Aber ich kann den kleinen Bruder nicht haben. Wenn der kleine Bruder gibt, das ist mächtig auf Keks. Entschuldigung, das erstmal. Aber tatsächlich so knapp viereinhalb Stunden haben wir dafür gebraucht. Also ja, eigentlich ganz gut gepasst. Wie spät es ist? Gut, gleich 21 Uhr. Passt perfekt. Also ich kann auch einfach verlassen gehen. Ähm. Du hast den Schneeball vernünftig geworfen. 36%. Okay. Hm. Ist das, äh... Also ich meine 52% haben den Schneeball auf der Nähe geworfen. Hm. Du hast eingegriffen um den Puma und den Puma verscheucht. 55%. Ja. Katze beschützen. Äh, du hast gemeinsam mit Claire und Danny gebetet. Hm. 89. Du hast Steven gestanden, dass Danny Kraft hat. 50-50. Okay, das werde ich echt nicht gedacht. Du hast mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen. 76%. Du hast Danny an die Regeln erinnert. 30%. 30%. Okay. Hätte ich nicht gedacht, dass es nur so wenige machen. Du hast dich nicht mit Steven's Laptop in deinem Profil eingeloggt. Natürlich nicht. Ähm. Du hast Layla nicht angerufen. 67%. Du hast Chris Vertrauen nicht gewonnen. Nein. Du hast Danny aufgetragen, Chris die Wahrheit zu sagen. Ja. Nur 43? Okay. Gut. Du hast dir Cassidy's Lied bis zum Schluss angehört. Nur 42? Wie kann man... Egal. Du hast einen Raumschritt für Chris gezeichnet. Du hast nichts für Chris gezeichnet. 50%. Okay. Du hast ein Weihnachtsgeschenk für Danny gekauft. Du hast dich nicht in Charles Problem eingemischt. Warum auch? Du hast Danny angewiesen, Steven mit seiner Kraft zu helfen. 82%. Ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen. Aber man hätte verfolgt werden können. Okay. Das hat sich tatsächlich nicht geändert zu... zu meinem letzten Run. Wurde verfolgt, aber Chris wurde nicht ab... Äh. Chris hätte angefahren werden können. 100% 100% wäre das passiert, wenn wir ihm nicht gesagt hätten, dass... äh... das nicht seine Kraft ist. 100% die Räder dann angefahren wurden. 100% Daniel hat aufgehört zu fluchen. Gott sei Dank. Daniel hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen. Ja, weil ich abgebrochen habe, weil er geschummelt hat. Daniel hat den Puma nicht getötet. Daniel konnte Trüffeln nicht beerdigen. Ja, logischerweise, wenn... das gleiche mitgenommen wird. Daniel hat zugestimmt zu beten. Daniel hat das Zimmer aufgeräumt. Daniel hat gehorcht und Chris die Wahrheit gesagt. Mhm. Nur 18%. Ja, okay. Das erklärt das andere Ergebnis. Insgesamt wurde Daniel aufgetragen, seine Kraft nicht einzusetzen. Ja. Daniel musste Chris nicht retten. Daniel hat niemanden die Schuld gegeben, denn es ging Chris gut. Daniel hat sich über sein Geschenk gefreut. Wunderbar. Was ist das, wo viele Pflanzen sind? Was ist das, wo viele Pflanzen sind? Hm. Komm schon. I'll show you around. Aha. Cassidy. Mhm. Yeah, yeah. Das kann lustig werden. Nicht. We to Malabama. So in etwa. So in etwa. So. Mit Episode 3 geht's dann nächste Woche Dienstag weiter. Ich wechsle jetzt zu ESO, mache aber vorher noch meine Pinke Pause und sage Frutus Gute Nacht. Ich denke mal, der wird schon im Bett liegen, aber ich... Ich möchte zumindest noch anständlich Gute Nacht sagen. Oh. Ich habe aus Versehen nicht auf Spielbeenden geklickt. Gut. Perfektes Timing. Spielbeenden. So. Ähm. Mache ich einmal kurz hier hin. grey-auf-err grey-auf-err